Jo Leute was geht und willkommen hier zu meinem 10. Dayblog hier auf meinem Kanal und heute wie man es sehen kann gibt es heute mal ein Try Not Love Challenge ich habe noch nicht sowas gebracht Leute also werde ich mal schauen wie es bei euch ankommt also ich würde sagen Leute ich habe mir ein Video rausgesucht und jetzt geht es los hoffentlich läuft die Aufnahme im Hintergrund Leute und ja let's beginnen 4 Minuten Leute ich werde wahrscheinlich nichts dazu sagen am Schluss halt wieder und ja let's go 2.000 Jahre später ja hier wie weit ist es denn noch bis washington klappe kleiner ich muss wissen wie weit es noch ist lady ich sagte du sollst dich setzen schon gut du vertrocknete alte Pistensau was hast du gesagt ich sagte ich würde gerne im trocknen eine Kiste bauen ich auch ja 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 Oh, in der Küche, Mate! So, was ist dein Name? Mein Name. Ja, dein Name. Mein Name. Pardon? Komm wieder. Herr Tracy, Sie müssen augenblicklich den Bus anhalten! Du willst ja wollen, wir super einen Direktor einhandeln! Nein! Dann setz dich hin! Aber ich... Warum sitzen wir hier so lange rum? Einen Augenblick noch, Meg. Was soll ich hier drin über Dates lernen, wenn wir... Oh mein Gott! Dad, du hast gefurzt! Das ist ja ekelhaft! Nein, 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 Meg! Meg, das ist absolut lebenswichtig! Ein Mann findet nichts sexier als eine Frau, die es schafft, seine Blähungen zu lieben! Liebe die Blähungen, Meg! Liebe sie! Und jetzt, ne? Nein, 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 Meg! Nein, nein! Nein, nein! Darum sind wir hier! Darum sind wir hier! Darum sind wir hier! ja leute das war's mit dem video ich glaube ich werde noch einen zweiten teil hinten ran packen weil es war schon ziemlich kurz für das video also ich würde sagen ich mache noch ein anderes video an ich habe sie mit ihm ich habe sie mit dem ich habe sie mit ihm ich habe sie mit ihm in der Welt Oh Oh Riley Here we go Here we go Oh Oh No Oh Don't dress it Oh 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 Put Okay No Oh 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 Ja, ja, ja. Ja Leute, das war's mit dem Video, 5 Minuten haben wir es angeschaut, mal schauen wie lang das Video wird, auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall gucken wie es schneiden wäre, ja tut mir leid, dass heute wieder kein richtiger Vlog kommt, dafür gibt es halt hier ein Reaction Video oder halt zum Beispiel nichts für so nach dem Challenge oder so, also Leute, wie gesagt tut mir leid, verzeiht mir und ich würde sagen Leute, haut rein, bis zum nächsten Video Leute, august den Kanal, like den Kanal, haut rein und ciao. , bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.